um und die so war das noch über den Rand und er hat sich über den Rand runter geschaut und dann bin ich hier runtergeflogen Asi ist so genial bei dir hin teleportieren jetzt haben wir schnell mein zeug ein da bist du jetzt noch bis zum moment weil ich da mein zeug holen weil du über dem rand geschaut hast runter geschaut hast dann bin ich da runter geflogen runter mein zeug holen mal zu mir weiter unten ganz unten am boden aber das ist auch nach oben oder sehr guten tag ja da kann man auch weiter auch noch die ganzen verschiebten holzsorten aber wie viel verschiebten hast du da reingesetzt ja ich bin noch da ich glaube alles was es gibt also hier bist du euch noch da das ist der höchste Punkt ich glaube so am meisten von dem ganzen hier ja der Lukas hat über den Rand geschaut und dann bin ich da doch verreckt weil ich da runter geflogen bin m jetzt hier auch irgendwie also ich bin heute echt zuilzid gefährdet ich weiß wie ich diese Folge nennen werde cool ja zuilzidgefährdet äh what the fuck das hier wo das ist ein Plumps Klo da oben Ja okay, dann würde ich sagen Das ist ja voll gemütlich, Alter, als Schlafzimmer Alter, du bist ja 500 Meter echt von meinem Baumhäuschen entfernt Ich mach's gemütlich, schau Dann renne ich mal kurz zu meinem Baumhäuschen Hinter der Zeit, bis der Leon fertig ist Ob der ständig Diesmal war es kein Selbstmordversuch Noch nicht Fuck Nein Ich will mich jetzt nicht wegen, lauf ich zivilisiert die Krippe runter in meine geheime Bude Und da gehe ich dann pennen Also weiß man sofort, wenn man deine normale Bude gefunden hat, wo deine geheime Bude ist Schön, dass ich jetzt weiß, wo deine geheime Bude ist Nein Das hat gesagt, wenn ich nur noch die Treppe runter bin, dann bin ich bei meiner geheime Bude Nein, ich habe gesagt, ich werde jetzt noch zivilisiert die Treppe runter und dann zu meiner Bude Ja Du wirst dich weggehen, ist Und leh, und dann nach unten, lol Ja, gerne Ich auch Ich will es echt machen Ich will es echt machen Alter, wir haben jetzt drei Stunden aufgenommen Ich will es echt erst 10? Alter, ich habe meine Bude sogar gefunden, ich bin da auch stolz auf mich Das ist meine, geh da raus Das ist eine Schmarrung Ich weiß ja nicht mehr, wie meine aussieht Meine ist wunderschön Ja, wo bin ich? Oder auch nicht Boah, na toll, mein Bude Fuck Kann man ein Baumhaus sehen, aber den Rest nicht Kann man sich hier irgendwohin teleportieren? Ey, ich bin schon richtig, wenn ich davon ausgebe, dass jeder von der Bude und unsere Bude Kann man sich zu irgendwas hin teleportieren? Soll ich dich tieren? Soll ich dich tieren? Okay Dann renne ich jetzt nur noch kurz zu meiner Base zurück Da hinten Hier in die Richtung, wo ich schaue Oh Hier hinter Da war die aller aller allererste dann nur aus Holz Da ist die mit dem Rand aus dem Raum Da hinten ist nämlich noch das Zuckerrohr davon Weil ich renne jetzt noch schnell zu meinen Hochhäuschen da So mein Baumhäuschen Ah, ist nicht so toll Das habe ich noch nie gesehen, dann Hochhäuschen Wege auch nicht Wege auch nicht sehen Nö Das meinst, toller, gell? Ganz ehrlich, du hast 10.000 Wege, um an einer gleiche Stelle hochzukommen, das ist unnötig Schau mal das Also, tschau Nö Irgendwer nicht Oh, wie sie alle langsam abgehen Du so Und jetzt werden es immer weniger Nö Ja Ich muss nur kurz in meine Kurze rein Alter Wie weit ich hatte Natschmus bis zu meiner Butze Ja, war alles so weit auseinander, Baudel Ja, aber ich bin doch eigentlich meiner Butze aus nur nach hinten gegangen und da war ich schon bei meinem Baumhaus und wieso bin ich jetzt da drüben raus gekommen? Wer weiß Wer weiß lasst drei Wir nahm was damit tun Schluss Schanno es ja auch noch raus Geschichte ist Eintracht wurde noch mal das sie macht Spaß die sind alle fertig und das ist unglaublich nein ich bin allein auch noch zu können nur dass ich zuhause bin jetzt gerade eine okay das beste Lied ist ja noch nicht mal gekommen Lukas noch nicht oder okay jetzt bin ich da ja dann mache ich in der Zeit noch kurz meine Netawarzen Farm alles ernten okay ne 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 warte warte bin da quasi ne für die nächste Aufnahme kann ich dir vielleicht 5 Netawarzen abkaufen okay okay gut dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und dann sage ich servus so halt dein mal